Musik 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 Schütti Tetsu Kann ich sogar ein bisschen Das kann einfach mal... Das sind doch Gegner Finger vom Abzug, ich will nur hier durch Vier Gegner, das sind alle Hüsche, okay Erledigt Gut, dann können wir uns Die anderen zwei da noch holen Denn wir müssen auch ein bisschen leveln, ne? Das ist natürlich schon Level Spiel Und jetzt gleich noch ein paar Donuts, weil es da noch getan hat Arbeit Also da sind sie Sehr gut, haben wir auch alle erledigt Hier können wir sogar zwei Sachen machen So, haben wir gerade einen Sniper bekommen? Warte, dass wir nicht einen Sniper bekommen haben Nee, ne Shotgun weitere, okay So, hier haben wir noch was bekommen Irgendwo dasselbe, das haben wir schon Okay, gut, zu wissen So Jetzt sind wir da rüber Das können wir armen, bedürftigen Menschen helfen Wenn sie dann... Das ist völlig sinnlos, Kugeln an mich zu verschwinden Äh, stimmt, wir haben einen Aussehen Können wir auch noch verändern Hüte, keinen Hut verfügbar Jacke Auch nix Auch nix Auch nix Äh Okay So, hier haben wir auch nix Gut, dann muss ich wahrscheinlich echt erstmal nach meinen Händen kommen Weil ich überhaupt alles bekommen Bei Uplay habe ich nämlich auch Klamotten freigeschaltet Und ja, die habe ich auch nicht bekommen Hier ist jemand gut getötet worden Erschlagen Sieht nicht so gut aus Oh, es wird Nacht Jetzt zeigt sich die Schönheit von The Division Dann Hoffe ich zumindest mal So Ja, sieht auf jeden Fall schon mal cool aus So, wir laufen mal ein bisschen schneller Wir können eigentlich auch alle davon ausgehen So, Leute die sich rumbewegen Das sind Zivilisten Alle die so rumhocken Und auf der Erde irgendwas suchen Sind Gegner So, dann gehen wir hier rein Zack So So, und er erreicht mir sich schon reich Okay Dann gucken wir doch mal Ja, hast du auf jeden Fall Aber leider nichts was ich gebrauchen kann Aber wir können Sachen verkaufen So, den könnten wir verkaufen Verkauf ich denn Verkauf ich denn Schrotten markieren Okay Ja, da verkaufen Ja, will ich Den behalten wir Dann die Masken können wir verkaufen Wir haben ja schon eine an Die Maske können wir auch verkaufen Den Rucksack können wir verkaufen Den Knieschoner Den Hals da Hälfte Dings da So, ja Und dann noch die Handschuhe Hier werde ich keinen Griff behalten Einfach mal für unsere Waffe So, und hier Könnten wir uns schon Wischen mit Geld zusammen Ja, könnte aber Wir gehen erstmal mit dem Typen hier reden Danke Stufe 3, nice Okay Okay Revierbelagerung Okay Na ja, ich muss mich erstmal auflosten Ja, ja So, gekauft haben wir jetzt alles So, dann nimmst du noch raus wieder So, zack Bisschen in die Richtung Schaffen Agent Wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten Das wir als Verteilzentrum nutzen Es wird von Plünderern angegriffen Die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen Sie müssen dorthin Die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien Alles klar, machen wir Easy going Die Limite und unsere Stufe 3 jetzt Sind so gut ausgerüstet Ging jetzt denn apropos Stufe 3 Das wollte ich eigentlich nicht So, warte mal Taschen Ah Fertigungsressourcen Okay Mhm, okay Übersicht Mod wird angelegt indem du Okay So, dann hier Mods Äh Ne, mach den dran So Hier fangen wahrscheinlich nix Ne, keine Mod Keine Mod Aber egal, so Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen besseres Aimen Würde ich das behaupten So, wir können uns jetzt auch einen Weg machen Ach ähm New York bei Nacht Das wird zum Sinn einschmerzen in der richtigen Großstadt Sieht trotzdem geil aus hier Ist das jetzt auch ein Haupteinsatz oder wie? Hm ich weiß nicht Ich hoffe, wie gesagt Ich hoffe, wir kommen schnell aus dem Burg dann raus Wir sind jetzt halt zum Haupteinsatz Äh Zu unserer Hauptzentrale Schön, dass du dich so drehst, dass ich nix lesen kann Damit wir eigentlich unsere Sachen bekommen zum einen Und wir halt endlich unser ganzes Gebiet aufbauen können Dann sind wir so Wir nehmen äh So Schwierigkeitskarten nochmal Müssen wir Ja, machen wir ja Schwierigkeitskarten Schnell Ich Achso, wir müssen das zusammen machen Okay Dann machen wir eine Schnellspielersuche Na, hoffentlich geht das Hoffentlich wollen diese Missionen andere Leute machen Ganz nah glaube ich ein Problem, oder? Hallo? Ich jetzt weggehe Oh Agent Bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle Verlieren wir es Verlieren wir Brooklyn Feinde im Anmarsch Oh Jetzt habe ich jetzt wieder verlassen Wir haben Verlegungen auf dem Dach Ich glaube, die haben Granaten Oho Oho Na, können wir sogar durchschießen, nice So, was hat uns gerade geblendet gehabt? Brooklyn Zentrale Hier Division Command Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt Aber alle Eingänge sind blockiert Okay, darum glaubt es nix Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten Kommen Sie von hinten über das Parkhaus Verstanden, Agent? Da geht's rein, los Ja, ja, ja Was kriegen wir hier? Ein Midi-Pack haben wir aber schon Loll 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 Weiss Loll 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 So, hier habe ich unten ein paar Leute eingeladen. Gut, da ist das Munition, okay. Egal, wir gehen jetzt weiter. So. Checkpoint, okay. Ich muss auch machen, dass es die Checkpoints gibt. Wir sind in der Polizeizentrale, oder? Warum sind da hier die... ...dinger kaputt, die Polizeiautos, frage ich mich. Weil die Funktionen scheinbar noch. Die leuchtet sogar noch, so, gleich haben wir so einen Scanner. Machen wir erstmal mehr Schaden und... ...wir sehen nochmal, wieviel Gegner hier sind. Es sind gerade nur drei, glaube ich. Okay, sind da nur drei. Scheiß, glatt nach. Okay, oh, der hat sich selbst geblendet, nice. Ja, kommt her. Ich weiß nicht, der ist ein Schläger. So, der noch mal erledigt. So, hier haben wir noch mal einen Muni. So, dann hat hier was gedroppt. Sollen wir mal mit. So, hier drin scheint noch was zu sein. Ich glaube, hier komme ich nicht rein. Sonst ist das wahrscheinlich hier oben. Äh, wir gehen mal hier rüber. So. Jetzt werden wir was. Scheinbar nicht. Oh, doch, doch, da. Da ist was. Explosivgeschoss, okay. Das meine ich immer mal schon mit den Augen offen halten bei der Karte hier. Man kann ja nie wissen, dass da erscheint hier, okay. Ist nix. Da hat die denn hier mit den Autos gemacht. Mann, 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 Mann. Da habt ihr auch den einen. Oh, den hat mir noch anziehen können. Den kennst du hier. Theoretisch, aber egal. So, wir gehen weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Polizeirevier. So, locker oben, okay. Okay, gehen wir was mal hier an, so. Zack. Dann machen wir einen Scanner. Nur diese beiden Gegner hier. Okay. Ein Soft. Okay, Punkt. Ja, 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 beruhig dich mal. Okay. Ja, wann brauchst du mich? Wahrscheinlich Medipack. Jawohl, Medipack. Ich brauche irgendwie keine Medipacks. Hier kann ich nix machen, hier kann ich nix machen. So, wir suchen einfach mal alles mögliche hier. So, hier haben wir auf jeden Fall noch was. Was ist das doch? Einen Rucksack, den nehmen wir doch mal mit. Hier ist auch noch eine Moneykiste. Die kann man auch nochmal gebrauchen. Zack. So, haben wir noch was hier? Ah, da unten. Interagieren. Boah, ganz schön kompliziert. Wahrscheinlich auch noch ein Medipack. Er wollte nur ein Medipack. Schade eigentlich. So viele Medipacks, die wir nicht gebrauchen können. Obwohl, es ist auch wieder gut, dass wir halt nicht so oft getwittert wurden. Natürlich gut zu nehmen, den wir mal hier hoch. Jetzt mal alles hier durchsuchen können. Oh, naja, das kann selber nice. Können wir dann wieder irgendeinen Zivilisten geben. Der gibt uns dann tolle Mäntel oder so dafür. Dann haben wir noch was. So, wahrscheinlich ein Medipack. Jawohl, ein Medipack. Mann, 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 man, diese Medipacks, die ganze Zeit, wir müssen auf jeden Fall weiter nach oben, wie es scheint. Wir gucken uns trotzdem nochmal hier ein bisschen um hier. So, so, so. Okay, hier sind dann schon ein paar. Ein Kühlschrank natürlich. Nochmal ein Nahrungsmittelkonserve, nice. Was haben wir? Die Spieltheke. Satie versteckten. Ne, das ist ein Medipack, ja, das ist ein Medipack, glaube ich. So, haben wir noch irgendwie was? Ne, geil. Achso, das sind meine verbündeten Leute, okay. Jetzt auf einmal. Ah, ich kann es jetzt mal wieder einsetzen. Betrei bedrohungen, ist okay. Vielleicht dieses Wohnhaus ansehen von dem Doc Candle sprach. Warnung, weitere Falt in meinen Arsch. Natürlich. Ich kann es jetzt mal hier in den Bildschirm im Kopf holen. Ich kann es jetzt mal hier in die Bildschirme im Kopf holen. so erledigt ja deutlich nicht ist ja die sache wahrscheinlich auch schnell anders ausgegangen ein brandgeschoss ok wir kämpfen hier nicht gegen profis wieder medipack hat die also munition anscheinend ich würde gerne die pistole mitnehmen das geht nicht so ok ich komme einmal zu euch so noch mal munition erfüllen ja das sagtest du bereits so ist nichts dann gehen wir aufs doch würde ich sagen feinde entdeckt schön dass ich einfach anfangen zu ballern das war nicht geplant aber egal oh die sind immer so dicke haben wir nice schocke weiter vor krieg ich nicht ins visier so pumpelt der den haben wir auch nice update was kundes gedroppt ich habe auch noch ein explosionskling jetzt erstmal alles in die luft jagen hier das ist auf jeden fall von mir so hinten können wir hier sei lösen ok und weh ausgezeichnete arbeit agent brooklyn ist stabilisiert manhattan manhattan ist eine andere geschichte aber sehen wir selbst es sind jetzt noch ein paar mehr agenten bei mir wir treffen uns mit agent lau und fliegen zusammen commander chang ende alles klar cool so waffen alles klar ok ja ja die werte kann ich verstehen das verstehe ich ja like a snowflake like a star like the moonlight oh so far like all the little things that makes me dream of you and thinking if like all the little things that makes my day so true and thunder it like a wonder in the sky like an angel on a cloud like all the little things that makes me stay alive and throw the dice like all the little things that makes my body strive and this is why this is why and this is why i wake up and this is why and this is why i can't fly come come away come away with me come come away come away with me i still live and this is why i wake up and this is why and this is why Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017